so liebe leute herzlich willkommen zurück zur lordsplay assassin's creed odyssey, äh, origins wo wir gerade vor wie odyssey sind, so ist nämlich die nächste nebenquest wir werden momentan wahrscheinlich in der nächsten folge nur nebenquests machen hat folgen im grunde ich muss folgen vorbereiten um quasi wenn ich jetzt über das wochenende weg bin euch ein bisschen was geben kann und deswegen wenn wir jetzt wahrscheinlich erstmal hier so ein bisschen die stadt aber aber abarbeiten wir haben ja ich glaube überhaupt insgesamt jetzt 123 auf alle fälle hier wäre der außenseite aber den wollen wir jetzt erst mal noch nicht machen leider ist auch noch ein bisschen der ist noch ein vierter also ich sehe jetzt erst mal vier die wir jetzt definitiv jetzt nicht aneinander wegziehen das ist noch keine das ist zumindest nicht für uns das level beitritt nicht vom level für uns relevant ja vier sind es auf alle fälle wenn ich es richtig jetzt sehe ja machen wir dann erstmal eine fünfte ist mit dabei weil äh die heißt nämlich verlorenes glück und das ist diese mission die jetzt auch offen wird aber wir wollen erstmal diese nebenquests auch machen die jetzt hier in der nähe auf platt diese 60 meter die würde ich gerne einfach kurz machen ich habe gerade auch meine aufnahme reingehört der ventilator ich habe kein ventilator nebenbei laufen das stört hoffentlich nicht also der steht jetzt quasi auf der zweite stufe das heißt moin die wachen fanden heraus dass ich die nahrung dem volk zurück gab sie haben ein kopfgeld auf mich ausgesetzt priester des lichts zu sein ist ein düsterer beruf in dieser dreckigen stadt ich kann euch aus alexandria bringen wenn ihr wollt aber ich kann nicht ewig auf euch aufpassen ich verlange zu viel von dir Magi es gibt einen kleinen tempel nördlich von hier der mich aufnimmt die Filakitai überwachen die straßen Magi wir müssen zum kanal dort sollten wir ein boot nehmen so ich möchte ganz kurz meine ausrüstung mal im alber prüfen aber ich würde gerne das Ding hier raus nehmen und dafür ein Schwert ein Speer ist das ein Zipter ich habe leider keine kann ich irgendwas kaufen ich spicke jeden mit Pfeilen der sich uns in den Weg stellt seid wie Amun Priester vielleicht können wir euch unbemerkt hinaus bringen so jetzt müssen wir noch ja skrutiere den Priester zum dördlichen Tempel bring den Priester zum Tempel auf der dördlichen Insel ok jetzt heißt ich muss mir auf jeden Fall ein Schwert holen sonst habe ich keine ähm ok versteckt euch ich kümmer mich um diese Wache ja weil bei wenn du mich jetzt nicht für mich anlegen greift mich an ihr könnt wieder rauskommen ich ich habe noch nie zuvor so viel Blut gesehen die Verschängerinnen und Apophis müssen erfreut sein und der Geruch der Gestank man gewöhnt sich daran tatsächlich nein ich habe noch nie gesehen das war hier war jetzt Priester werden selten dazu berufen um Erfolg zu dienen und nun blüße ich dafür ihr sollt den Göttern dienen Priester nicht im Ort aber ist das genug die Götter haben Wünsche Bedürfnisse aber die hat das sterbliche Volk doch auch nicht wahr ich fürchte diese Frage können andere besser beantworten also wenn die Folgen jetzt ein bisschen was kürzer werden dann ist es halt wirklich so es tut mir leid ich muss ein bisschen vorbereiten es wird wieder ein bisschen mehr werden wenn ich jetzt mehr oder weniger dann wieder zurück bin also die Folgenlänge wird mehr sein dann werden wir wahrscheinlich wieder auch Hauptmissionen machen aber jetzt erstmal paar Nebenquests also wie gesagt 4-5 habe ich jetzt offen bis dahin wird wahrscheinlich auch noch eine weiter offen sein ich will jetzt mal gucken ich gehe rein durch komm irgendwo Tag ist lang Fahrgeklätterst du? oder ja naja ich will eigentlich gar nicht so weit da will ich gar nicht hin das ist mir zu viel kommen wir jetzt hier da bist du also kletterst du hier runter oder kommst du hier vor? du kommst vor wir müssen vorsichtig sein mit wir müssen vorsichtig sein mit wir sind der priester ach da ja natürlich jetzt versteckt der kollege so weiter ja kommen wir jetzt hier ich habe das auch mal auf der sich jetzt auch da hochgekündigt oder ich weiß eigentlich nicht gedacht da kommen wir jetzt hier kam jetzt hier dankeschön das geht jetzt ein bisschen schiller das geht natürlich jetzt etwas schneller als hier nach durch mich bitte die man zu legen oder bist du da kommt noch mehr ach mein gott das ist doch egal dass über 9 da ist der nächste tod so priesterchen jetzt habe ich das sehr komisch ich habe da jetzt auch nicht auftaucht so muss ich jetzt eigentlich in die andere richtung hier trennen sich unsere wege ich bin nun kein priester mehr lysander war mein name es wäre schön wie der lysander zu werden dann gehe in frieden du auch mit vielen dank so die quest ist abgeschlossen die odyssee wir sehen uns in der nächsten episode wieder morgen zwölf und dann geht es weiter mit der nächsten neben quest ich guck gerade wo sie ist nämlich hier das war der rache der poeten nehmen wir nehmen erstmal nach der philosophie dann reisen wir kurz drüber nach alexandria zurück und dann geht es weiter mit der neben quest nr 2 die wir noch auf einmal haben noch ein bisschen was von material material super und dann bin ich raus heute morgen zwölf geht es weiter mit der nächsten mission bis dann tschüss ich 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 Untertitelung. BR 2018